hallo, herzlich willkommen zu den Battle of the Firefighter von Travel Terra is done mit der Early Boy hallo Will Grant hallo Lobius hey Anne guten Tag Good Gaming Gurubai hallo Daylocate hallo und passt und Julia Trin hallo Julia Trin Trin Ich versuche auch nach zu join, aber die Karte habe ich nicht Ich bin Trin Ich bin neuer Captain 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 Inno Oh Captain Ah Daniel, ich reich jetzt eine offizielle Beschwerde bei dir ein Ohne Schweiß Ein LED Aschenbecher Aitancho 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 Detektive Call Detective Ahja Better Call Saul Better Call Detective Du Early Boy Und was soll ich da? Ja DNA du Bobo Ich dachte da Ich dachte da Ich dachte ob ich ihn gekillt habe ich will dass ihr den DNA nehmt Tschüss Er war gerade Ragequid 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 Early Early? Nein Nein, Bram ist auch noch da War das Early? Nein, Early ist auch noch da Das war McFly ne? Ist Early zweimal da oder? Ist Early? Nee Early? Early darf nicht reden Sag doch McFly McFly ist raus Er ist raus Ne McFly ist weg Ich hab ein DNA Sample Ja ist doch gut Ich hab ein verfolgen Ich hab ein Schachbrett Das sieht er ja noch nicht Ach so Was Kapuze hast du DNA? Es könnte Taluro card sein Hinter mir war noch Mcfly Aber McFly ist nicht auf dem Server drauf Ja Es ist ja Kommen's aber schnell drauf Eins und eins gleich sieben Hallo đây Explosive Landing glaube ich Jaa Das IO Ja Lobnis du spielst das echt gut Shotgun So Early Der bleibst der erste Mal Du bist ein Parr prender Du lebst dann noch. Ich weiß, aber ich bin fast tot. Capuze nicht. Warum machst du das? Das ist nicht nett. Wir waren gerade schon nichts. Anna hatte schon die Moves. War nicht schlecht. Warum ist ich hier raus? Capuze hat gerade den Bull, das er gekauft hat. Ne, Capuze ist tot. Den hab ich ihm gegeben. Bleib ich mit dem Bull, da ist er nicht tankig genug. Komme ich jetzt wieder nach oben? Oh, du musst auch sagen, dass das Wasser nicht steigt. Hallo? Hallo. Es ist interessant, dass du fließt vor mir. Oh! Bitte nicht reden, wenn du tot bist. Auch in dem Moment, in dem du stirbst, das ist ja unheil. Hallo also auch. Auch? Ach, jetzt erst aufgefallen? Ich war beschäftigt. Die Tür ist ein Traitorfalle. Hab ich doch gesagt. Don't get trapped. Ach, Grants. Ach so. Oh, Julia, vielen Dank, dass du auf meiner Seite spielst. Aber der hat doch viel geschossen. Der hat mal meinen Random gemacht. Was hat der gemacht? Meinen Random. Hat er dich auch geschossen? Und einfach schießen, wenn jemand... Komm! Ich hab auch grad noch geschossen, einfach so. Aber mir hat es nicht geklappt. Ich glaube, der Grants schießt. Gibt's heute auch mal ne Runde, wo ich länger als 10 Sekunden lebe? Dann halt dich doch nicht immer am Anfang der Runde bei mir auf. Ich suche Waffen! Ich suche Waffen! Du hast am Boden geguckt, ey. Ja, ich war grad dabei, meine Waffenleute zu justieren, weil mein Kabel zu kurz war. Ich wollte euch nur nahe bringen, ey. Bring dich da auch nahe, dem Tod. Bei diesen Diss. Ich finde heute keine Waffen. Das Diss. Das ganze Schiff ist voll. Hallo. Alles ist voll. Alles ist voll. Alles ist voll. Alles voll. Alles ist voll. Oh. Was ist das denn heute? Hat jemand damit rausgekommen? Du siehst ja komisch aus. Super! Du siehst ja tot aus. Oh, nehm, 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 nehm. Oh, 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 wenn ich tot bin, war's da los. Soll ich jetzt auch mal so reden, damit es sinnbar. Wenn es, wenn es tot ist, war's da los. Oh! Wer schmeißt den mit Discos? Oh, oh, oh. Discos tut. Arli, du lebst noch. Ja, noch. Das heißt, er ist Traitor. Nein, wenn Erli noch klebt. Hey! Erli muss es sein, sonst wäre doch schon lange erschossen worden. Weg, 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 weg. Ich darf mich, äh, verdächtig. Erli ist hier verdächtig. Wieso? Er hat mir schon aus Suspekt gestellt. Warum lebt er denn so? Darf ich einen Traitor zum, also... Eigentlich muss er deinen Traitor zum Filter. Wenn du Lobios abknallen willst, dann ja. Ja, genau den meint ich. Den hab ich auch schon auf der Liste. Den hab ich schon markiert im Scoreboard. Für den Zuschauer, er, ihn mit. Könnt er was machen, ja. Ey, war gut, Gaby. Nils, komm mal mit. Okay. Nils, komm mit. Ey, 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 wenn du mich jetzt abknallst. Das ist ja nice, komm mal mit. Ich bin cool. Goro, woran bist du gerade eigentlich gestorben in der Runde? An der Explosion? Ja. Geil. Oh nein. Komm, spring rein. Oh Gott, oh Gott. Ich bin tot. Ey. Deals, warum hab ich nie verloren? Hallo. Ich weiß auch nicht, ich hab gesehen. Das hat auf einmal geblitzt. Hast du gerade auf mich geschossen? Nein. Tja, Lobios, das war wohl der eigene Friendship Beam. Du hast doch die Trap angemacht. Was für ne Trap? Ja, das war in der Falle angeguckt und durchgelesen. Ne, das war aber auffällig. Ey, ich glaub, Good Game ist es leider. Warum nicht? Ich glaub, Early Boy. Ich hab doch nichts gemacht, ich wollte nur mit dir. Hallo, Lobios war innocent, ne? Kann sein. Vielleicht haben Grants und ich auch gelogen. Vielleicht. Ich bin hinter dir, Goro, und kann auch hier sein. Leute, ich glaub, es gibt ja dieses Pool. Ist das ne Trailer für alle Jahre? Es ist Good Game, Good Game, es ist Good Game. Good Game Empire, oder? Goro, komm mit. Goro. Ja, wo bist du denn? Ich bin doch gerade an dir vorbeigerannt. Link in der Videobeschreibung. Du bist an mir vorbeigerannt? Ja. Danke. So, es leben nur noch vier Personen. Early ist es, Early. Early schießt es auf mich. Mir eingeschlossen. Wenn's Grand, Stalu, Early und ich dann. Ich hab grad Good Gaming getötet, Goro. Möglich. Was möglich? Das stand da oben doch. Da stand nicht, dass du ihn gekillt hast. Wann dich mal killen? Was war jetzt mit Early? Ja, was ist denn mit mir? Hast du Dalu getötet? Nee. Warum nicht? Er war Traitor. Scheiße! Nice try. Woran erkennt man, ob Early Traitor ist? Er rennt mit der Crowbottom. Ja, oder er hat länger als zehn Sekunden gelebt. Fast immer, wenn er mit der Crowbottom... Das Radar zeigte ja plötzlich nur noch zwei Punkte. Das hieß ja, dass einer entweder tot sein musste. Und Gratz hat mit mir geredet, also. Dafür, dass du dir jetzt so sicher bist, hast du lange gezögert, als du die Person gesehen hast, die da aus dem Raum kam. Ja, hab ich schon. Ja, also, hier jetzt im Nachhinein, ne? Jetzt will er in den Fall lösen. Dein Outfall gelöst. Sherlock. Na? Was sagst du jetzt im Nachhinein? Wenn ich Tab drücke, macht alles so. Was sagt ihr? Hab ich gut gelöst, ne? Mhm. Ich wusste ja, wie es ist. Ja, ja, ja. Dann kam auch noch mit der Abgesägten auf mich zu, aber ich kann ja nix machen. Und warum habt ihr Lobius vielleicht nicht? Ich weiß es nicht. Der hatte so'n Goro getanzt. Lobius spielt noch sehr gut, muss man sagen. Wie billig ist denn eigentlich in der Welt der Falle? Der hatte Goro getanzt, ja. Die hat Kapuze nur halb gegrillt. Ah ja, ah, da, ne klar war's. War das eigentlich Kollateralschaden beim Friendship Beam? Weil ich hab nicht gedacht, dass mich grad jemand sieht in dem Moment. Ich hab den Friendship einfach nur reingeworfen. Also der Friendship Beam hat Lobius getötet. Es ist ganz schön schwer, dich nicht zu treffen. Hier, äh, Dingens! Wer, 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 wer! Danke da. Das war schon Spaß. Warum er hier rumläuft? Guckt auf den Toiletten, irgendwo hier ist er. Der hat mich gerade abgeballert. Er ist auf den Toiletten. Ganz zurück! Kapuze, guck mal. Hier, Grants is it! Grants, 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 Grants! Was? Ich bin oben? Sie ist aber kein... Grants is greater! Ich bin oben, Early. Das ist jetzt schon sehr gewagt, die These. Hier warten, man. Dann kann's ja nur Goro gewesen sein. Grants is greater! Ja, aber ich war ja hinter Early. Wenn da bei dir ein Grants ist, Early, dann knall ihn ab! Ja, aber der ist tot gewesen. Ja, weil ich hinter dir war und du mich gesehen hast. Aber das kann ja gar nicht sein. Da regiert der Respekt. Anna, geh weg! Das ist Goro. Leute, wenn Early... Soll ich dir den... Early hat doch aber Grants gesagt. Anne, wenn du noch einmal auf mich ziehst, lall ich dich ab! Aha! Anne, wenn du noch einmal auf mich ziehst, lall ich dich ab! Aha! Was macht ihr denn in der Kabine des Käpt'ns? Ich will mich alle Geld suchen! Ja, ja, in der Kabine des Käpt'ns... Wenn du weiterhin auf mich ziehst, lall ich dich ab! Das ist nicht die Kabine des Käpt'ns, da ist eine Psychiater-Rechnung drin! Nein! Das machst du immer, wenn du mich töten willst! Aber... Das... Ich würde auch sagen. Ich glaube, Early hat gerade auf Anne geschossen. Ja, hat er auch. Wir hatten ihn nicht getroffen. Bang, bang, bang! Was mit Anne? Hey! Schnell! Ich knall Anne ab! Drei! Zwei! Eins! Early ist es! Early hat wirklich auf Anne geschossen! Ich hab's von hier oben gesehen! Er hat doch unten gezählt! Ja, und? Aber warum schießt er einfach auf Anne? Anne ist es! Siehst du klar... Jetzt sind alle, die es überlebt haben, verdächtig! Ich vermute, dass es Early nicht ist! Ich hab das gewusst! Eben, Early künd' ich doch nix an! Der hat das einmal schön heimlich gemacht! Der hat sich bedroht gefühlt, Early! Das ist einfach alles! Sehr gut, terminiert! Kaputt bleibt dran am Fall! Aber nicht lösen, weil Goro will den nachher noch lösen, wenn die Runde vorbei ist! Oh, Goro lebt also noch! Oh, Goro lebt also noch! Dieses Lächeln! Ey, Dalu! Ja! Du bist aber cool, oder? In seiner Facecam! Da freu ich mich schon drauf! Oh, geil! Eine Hula-Wuppe! Die haben wir ja von Bektoleid bekommen! Die gibt jetzt nur einen! Jetzt müssen wir nur einen erschießen, damit wir den Fall lösen können! Oh, da müssen zwei Leute erschießen, oder nicht? Einer reichte! Aber wir haben zwei Traders! Sind ja fast alle Toten-Grants! Eili-Beldo! Wir können es alles sein, oder? Wir wissen es nicht! Ja eben! Weil kein Trader tot ist! Glaming hat lange, Glaming hat schon längst, hat ja schon ein bisschen den Nefias gemacht, ne? Oh, ich werd angeschossen! Von Lulio! Von wo, von wo? Wo ist sie? Ah, Märtyra lebt wohl! Oh, okay, da ist sie wirklich explodiert! Wenn Dalu jetzt tot ist, dann ist es Nils, oder? Was? Dann ist es Grenz. Ah, Lobius lebt auch noch! Oder Lobius. Sicher? Oh nein. Ja, Grenz und Lobius können sich duellieren. Okay. Ah, super. Anne, Anne lebt auch noch, Anne lebt auch noch, Leute. Nein, Anne lebt nicht. Doch, alle Anne lebt, da läuft sie, da läuft sie. Dann schießt, Doppelgänger, Doppelgänger. Das ist so ein Grenzding, das macht Lobius nicht. Was, 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 was? Da war ich schon, oh Gott. Ich laufe im Kreis. Ich laufe wirklich im Kreis. Hallo? Hier haben wir ihn. Von dem ganzen Wellengang muss ich pinkeln. Auch, jetzt wo du sagst. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich hab Yuya wiederbelebt, Freunde. Ich hab aber keine Waffe. Oh, das ist schlecht hier unten, Yuya, komm mit. Hier, freie Auswahl. Also Lobius, du weißt, was du zu tun hast, oder? Äh. Schieß auf Nils, wenn du ihn siehst. Oh Gott. Das sind auch nur schwachsinnige Waffe. Ne, ich meinte Lobius. Kapuze, ähm, was ist mit dir? Ich vermisse deine Stimme. Ah, Kapu... Oh! Kapuze hat, glaub ich, grad einen Unschuldigen gekillt. Oh oh. Wäre ja zu schade. Das ist gar nicht okay von dir, Kapuze. Ah, rausgeteppt, Hilfe. Schnell, jetzt können wir ihn schnappen. Wo ist er denn? Oben. Im Restaurant war er grad. Neu. Ich hab aus Reflex ge... Ach so, okay, gut. Ich dachte wirklich, ich hätte Ludus getötet. Ah, das macht das. Das war ganz schön knapp. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Wo bist du? Ach da. Ah, da. Oh. 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 Oh? Oh was? Bumm. Also die Zeit tickt ja, äh, tickt ja gegen dich. Eventuell. Weiß nicht. Ah! Ach scheiße. Ich hab einfach keine Waffen, keine anständigen. Den Fall natürlich schon lange genug gehabt. Aber warum schießt du mir denn dann mit der Pistole in den Rücken? Ja, man kann's ja mal versuchen, ne? Ich kann ja die Nummer 50 Mal meine Kreise drehen. Der Detective verschießt Lobios, ey. Super ist das doch. Nein, das war Kapuze. Ich wär sauer. Die Anne! Die Anne war's! Anne hat dich gerandomkilled, ne? Ja, ich hab's gesehen. Kapuze, das war Grands. Was? Das ist... nein, nein, nein. Das war die Anne. Das stand nicht Grands. Okay, ja, da muss es doch nicht gewesen sein. Eben. Man sagt ja auch, ich schlaf wandeln manchmal. Äh, wa? Du schlafst du? What? Was? Du meinst zu viel. Das hab ich jetzt nicht verstanden. Du schnarchst ihm oder du schlafst? Ja, schnarchst. Schnarchen geht's ja auch, ey. Schnarchen, ey. Schnarchen, ey. Oh, nice one. Nice one. Nice one. Jetzt hätte ich mal ne Waffe und dann werde ich können zwei drehen, ey. Goro, das wär dein schwerster Fall jetzt, ey. Vom Schlafen hungrig und vom Essen. Groß, großer Auftritt, ey. Ja, ja, Goro. Das muss er sich beweisen. Gegen die besten drei, ey. Beim Schmausen wird's schwer. Oh, nee. Was machst du hier? Lassen wir bis zum Ende leben, oder? Moderne Kunst. Ja, okay. Du gehörst doch auch zu den besten drei, Nils. Drücken wir an Nils. Die Tür war da auf. Der drittbeste ist... Welche Tür? Die Tür hier. Die Tür hier. McFly? Das ist gar nicht drauf. Dann ist da aber ne riesen Schlucht zwischen zwei und drei. Oh, das hier. Das ist Traitor-Room. Machst du Goro zum Ende? Nein, da kann jeder da. Dann erstmal Lobius hier. Nein, der Traitor muss die Tür erst aktivieren. Goro, rede ich immer oben. Sicher? Goro, schieß auf mich. Ich hab ne Sword-Off, das würdest du hören. Goro, krieg ich deinen DNA-Scanner? Nein, wir kündigen nichts mehr an. Goro, gib mir deinen DNA-Scanner. Was? DNA-Scanner, Herr. Okay, krieg das dir gleich. Ja, und? Lass mal Early mit der Crowe ankommen. Da, hinter dir! Waaah! Hauli! Nein! Ich hab ihn gewarnt, ich hab ihn gewarnt. Ich versteck mich in der Sauna. Ich bin tot. Er schießt dir jetzt Lobius. Jones, das warst du, ne? Wo ist das kleine Tier? Okay, good gaming, good gaming. Ich hab sie hingeworfen. Dann hat Lobius das einfach eingesammelt. Ja. Ich glaub die Sauna ist kaputt. Ja, genau. Dann schmeiß den Dern-Scanner weg. Ist das Lobius? Nee, ich falle den für mich. Ich falle den für mich. Ich benutze ihn jetzt. Free Willy! Oh, oh, oh. Guck mal, gut, dass wir nicht da mit Brance und mich umgebracht haben, weil ich wäre der drin Beste gewesen. Aber ich war ja Detective, das wussten wir ja alle. Hallo, einmal bitte weg. Wobei, nimm mal die DNA. Nimm die DNA! Ich hab natürlich noch den DNA-Scanner, Leute. Alle. Hopp! Hopp! Capuzi! 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 Hört jeden ab hier! Halt, warte mal. Wir können alle anderen abknallen, Goro. Ne, doch nicht, shit. Nein. Bitte nicht. Möchtet ihr gerne? Hat er noch irgendwas drin gehabt? Okay, Julia, dann beweis es und töte einen Traitor. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich weiß nicht, wer Traitor ist. Er schieß mich jetzt nicht. Ich hab doch grad einen Traitor gekriegt. Das war eine tolle Töne. Warte mal. Wo war Dado Card? Ah, ich verstehe. Oh, 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 oh. Nice cam. Da kommt einer! Vorsicht! Hey! Ja, Early so nicht. Early ist im Dead Ringer. Da ist er. Das war unfair! Du hast einfach ohne Grund auf mich geschossen! Wir haben gesagt, nicht gucken. Das war ein Stein! Wenn der Staubsauger alles Early stört. Habt ihr am Anfang nicht gehört, dass ich gesagt hab, Schlag meiner Early hat den Dead Ringer angemacht? Ich hab gehört, wie du gesagt hast, Kapuze. Deswegen hab ich auch schon geschossen. Der Dringer hab ich am Anfang noch nicht gehabt. Der Kapuze ist. Aber wer war denn? Ach, Lobius ist auch schon. Oh nein! Ich tu wieder der starke Kapuze. Es war auf jeden Fall nicht mein schwerster Fall. Ja, war ich auf deiner Seite. Also, heute, also du bist ja später gekommen, weil du mich ja noch angerufen hast, ob ich dich einmal gewinnen lassen kann in dem Spiel und jetzt machst du hier Sonnenbeats kaputt. Oh, sag das nicht! Ich hab gesagt, ja, können wir machen. Dann müsst ihr aber Brodo sein Bildchen legen. So ist alles kaputt. Das kostet extra. Wohnpunkte. Wohnpunkte kosten extra. Oh, schade. Weißt du, wenn du die Aufnahme siehst, wo ich mich nicht bewegt hab und du auch noch zieht... Ne, war schon, der war gut. Bin ich jetzt da rutsch? Du hast schon, du hast die Heilige geworfen, oder? Du hast mir den ja auch nicht gegeben. Ja, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich stand auch hinterher in dem Moment. Ja, ich hab's eh gesehen. Ach, Grant. Dann hast du mich abgeschossen. Ich bin jetzt vielleicht. Oh, das war die Flakes. Ich schon. Ich bin schon wieder offen. War ja klar. Jetzt muss das auch nicht schlechtreden, ey. Ich hab schon verstanden. Mach die Scheiben, come on! War ein guter Team. Erli hat den Traitor back. Vielleicht, vielleicht... Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Lobios hat hier ne Bombe hingehangen! Anne ist es. Sie hat ein Lies getötet. Ja. Der geht dieses... Wenn du auf mich schießt, dann erschieß ich zurück. Lobios, hinter dir ist ne Bombe. Entweder entschärfst du die jetzt, oder ich... Warum ist Anne denn gar nicht hier? Ja, ich such sie ja. Achso, okay. Ohne Scheiß, Anne ist es. Mhmm. Könnte das nicht sein, weil ne Bombe legt eigentlich immer nur Anne. Oh, ich hab's nur entschärft! Ich hab's entschärft! Ey! Du lügst! Hier! Ich hab einen entschärft! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wieso hast du sie nicht mitgenommen? Kann ich die mitnehmen? So, ich hab's die zerstört. Haben wir schon eine... Lobios ist es nicht! Ich glaub der ist safe! Early ist mit mir! Danke schön! Early bist du? Wieso soll ich hier sein? Ja das Biuja wurde getötet! Der Blutgang-Volk hört die ganze Zeit und Durstner. Durstner nicht. Der liegt auch noch hier. Da, Luca. Oh! Geht schon da... Grants ist hier ein Arm! Kapuze, Kapuze! Oh, wer ist hier denn? Hey! Beschützt dich Grants! Nimm hier! Ist keine Denna! Wow! Nein! Meine scheiß Arne! Warum? Warum Arne? Märtyrer und Early rennt dann noch gut. Ah, wie geil! Oh, was ist denn hier passiert? Guck in den Chat, da steht's drin. Oh, ich hab mich schon gewundert. Was bedeutet das scheiß M, was du geschrieben hast? Ich dachte, du willst mich echt verarschen, Lobi. Was? Ich dachte, du willst mich jetzt trollen. Du warst Detective, oder Grants? Ja, ja. Hättest du Early mich sowieso erschossen? Weil Early ist in den Raum reingegangen und hab gefragt, wer sitzt denn hier? Ich wusste, dass es Anne ist durch das DNA. Ja, ja, genau. Ich hätte wahrscheinlich dann Early abgeknallt. Ich hab Anne aber erst zu spät gesehen. Ich hab nur gesehen, da sitzt sie jemand und guck sie an. Und irgendwann, wo ich Anne lese, wurde es umgenieselt. Aber das kam er, Anne. Ich wollte anfangen zu singen und dann... Ich hab nur gedacht... Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Oh! Nein! Ich hab Dalu gekillt. Das war erfolgreich. Ach, du hast mich erschossen. Ja, ja. Ja, ich kam von der Seite. Sehr gut. Ich hab mich schon gewundert, dass ich so schnell down war, als ich mich gekämpfte. Sehr gut. Sehr gut. Dann wurden wir in den Rücken geschossen, Feige. Könnt ihr doch gar nicht sein. Kapuze ist inno. Da war ein Diegelschuss gerade. Oh, Goro ist schon wieder die Technische. Was macht ihr da? Oh! Good Gaming! Good Gaming! Was? Ich glaube, es ist Good Gaming. Dann rennt er! Nein, das war meine Shotgun! Du hast ihn abgestaubt, ey! Was geht mit der Leiche? Oh, was ist denn los? Also Dalu und ich sind safe, Goro. Er hatte, glaube ich, noch so viel Schwung, dass er gegen die Wand noch gerutscht ist. Der will da immer noch gegen die Wand. Da kommen sie alle! Da kommen die Mörder! Kommt mal, liebe Detektiv. Warum? Warum? Wir sind doch hier ein gutes Team. Ja, ja. Vielleicht sind nur noch Punkte zu haben. Nee, habe ich schon. Grants? Ich habe doch gerade einen Trader gekehlt. Ja, ich wollte Ande vorverfolgen. Dann töte sie, Kapuze. Okay. Wenn du's nicht bist, dann muss es Ande sein, Kapuze. Ich bin's nicht. Ja, dann mach. Ach, das ist Schwachsinn. Die Technische gefehlt. Die Technische gefehlt. Du bist ja gar kein Detektiv, du Lübel. Im Herzen. Achso, oder gut. Puls, das müssen wir mal schauen. Ich schieße erst auf den anderen. Was geht hier ab? Was läuft hier? Ja, ich habe gerade kurz die Taube in der Hand. Okay. Er trifft eh nicht mit der Taube. Er trifft eh nicht mit der Taube. Anne? Ja? Ich wollte den Dodo bestreiten. Du solltest da weggehen. Da solltest du weg, weg, weg! Kapuze, renn rein! Komm, bei der Inno ist der Karma, alle rein! Samma! Dalo, verpiss ich da! Schnell geht alle in die Dingens. Wenn er doch mal reingeht! Koro, geh auch noch mal schnell in die Flanken. Kapuze, haben wir so alle geschossen? Nein? Ich glaube, Anne versucht, sie zu killen. Ich glaube, Anne versucht, sie zu killen. Ich glaube, Anne ist es. Wir gehen auf die Anne, einfach unter Orsch! Die Anne ist es. Ich glaube, Anne ist es, die Zieltor. Die Anne ist es. Wenn sie nichts redet, dass sie sich konzentriert. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Das sind die Traitor-Wellen. Die sind verwirrt. Ja, Anne! Alle auf die Anne! Anne kommt, ob wir passt. Dr. Goldberg. Ich glaube, wie wichtig ist das alles. Ich glaube, wie wichtig ist das alles. Ey, Anne! Warte mal, mach die da draußen! Oh, hier ist eine Rechnung, oder was ist das hier? Eine Rechnung auf 300 Dollar! Da muss ich noch... Ja, das ist die Psycho-Rechnung. Oh mein Gott, hier wird Lobius! Ich möcht' ich ja nicht sagen, wir haben eigentliches Julia überführt. Warum? Julia ist Traitor. Warum? Ist das die einzige, die ist, die nicht hier ist? Ey, Kapuze Jones! Ja? Wo bist du? Hier bin ich auch. Ist, weil ich keinen Bock hab, dass plötzlich eine Friendship-Beam wieder da in dem ganzen Rudel ist? Ja, okay, Julia! Julia! Hast du denn Lobius schon auf DNA-Spuren untersucht? Vielleicht war's in der Waldverbrechung. Julius! Oh, Early! Du wärst schon längst tot, wär ich Traitor! Hä, aber wieso war Lobius denn noch nicht confirmed? Nein, Lobius war confirmed! Bei mir nicht, irgendwie. Ist Dalu tot, oder ist das nur so ein Fake? Das ist nur ein Fake-Schrei. Ich hab Dalu grad getötet. Warum? Ja. Darum. Dalu stimmt, das bist du tot? Nö, ich bin ja später. Dass wir wissen, dass du's bist. Warte, Julia ist bei mir. Wo sind die anderen? Unten. Warte, Julia ist bei mir. Ich hab ein bisschen Schiss. Wo sind sie? Oh, Anne. Anne macht keinen Scheiß. Ich glaub, Julia ist es. Was denn? Ich glaub, Dalu ist wirklich tot, Leute. Weiter links geht's. Oh, ihr läuft, ihr läuft Dalu dringend rum. Ihr läuft mehr verteidend als Dalu rum. Oh, da ist Julia. Ich weiß, aber was ist denn mit Julia? Na, Julia! Oh. Oh. Na, na. Wer hat's gesagt? Wer hat's gefunden? Wer hat's gebucht? Ey, runter mit der Kapuze. Ich hab ja schon spekuliert, ob ich mich nicht opfere, wo ihr alle in einem Raum wart. Ich hab ja schon spekuliert, ob ich mich nicht opfere, wo ihr alle in einem Raum wart. So, ja. Wenn ich ne mit hier Kapuze. Weil ich nicht gesehen hab, bist du schon tot, oder was? Bist du schon gestorben? Dann ging das so schnell mit dem Sterben, ey. Da kriegt man den Chat ja nicht mal auf. Wo kommt ihr denn auch schon wieder hin? Wir haben's im See und ihr beide rückengeschossen, ey. Eine Shotgun, eine Sniper. Und dann flog sogar noch die Leiche an die Wand. Einfach weiter, ja. Das war Tag Team Action, ey. Wer hat eigentlich gekillt? Das hab ich gar nicht gesehen. Lobius! Lobius! Oh, immer ich. Lobius! Da lieb die Arme! Das ist doch nicht von Good Gaming-Typ. Ach! Nein, raus hier. Nötiges. Arne ist zurück! Oh nein! I'll be back! Geh mal kurz weg, Lobius. Willst du was testen? Hä, will nicht oben rein? Ja, das ist ne Falle! Ah, ja. Du kannst ja nicht die neuen Leute verarschen. Hallo! Lobius, guck mal, hast du da am Boden auch nen Pixel-Fehler? Komm Lobius, wir tauschen machen nun! Good Gaming ist grad einkaufen gewesen. Ja, ich muss kurz was am Handy ist. Ja! Ja, das sagt er immer, wenn er Traitor ist. Ohne Scheiße. Weil er sich dann wieder aufregt, wenn er erschossen wird. Ja, ja, ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Good Gaming! Ich verfolge ihn jetzt bis ins Ende. Oh, haut ab! Ja, okay. Ah, haut ab! Loro, bitte melde dich! Und ab grad die Nachricht bekommen. Was sagen wir doch nicht? Wer ist denn das? Das ist wirklich so ne Situation, da kann man jetzt gar nichts drauf sagen. Entschuldige, ist das blöd. Ja. Warum versuchst du das? Nein, es war ein schlechter Scherz. Bei sowas macht man keine Wätze, tut mir leid. War's jetzt ein Scherz? Was war's jetzt? Es war ein Scherz. Was hat er denn gesagt? Okay, jetzt wird er getötet. Dass der Arne ins Krankenhaus bringen wird. Einer hat Amy in der Scharfe. Das ist allerdings nicht meine Oma. Vom Alter her? Oder? Vom Aussehen her meinst du? Das hab ich nicht gesagt. Hm. Ha! 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 Ja, wir haben aber keinen mit Haar. Das ist natürlich doof. Vorschie ist nicht da. Da bleibt der Early Boy kurz stehen und guckt mich auf, wenn du interessierst du dich für Damenwäsche? Ich wollte wissen, ob das war. Lobo! Ah, Lobo! Interessierst du dich für Damenwäsche, Lobo! Die ist nicht confirmed. Nein! Nein! Warte mal kurz, dass wir die DNA von Goros Leiche nehmen. Ja. Anne? Sag mir bitte dann. Lobo! Lobo ist es, er hat Goro gekillt. Ja genau! Ich hab DNA! Ich hab extra die DNA-Scanne an Dalu gegeben. Du hast gar keine DNA. Zeig mir die DNA. Los! Wie soll er das denn dir zeigen? Nein, er schießt doch noch! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Ja, okay. Anne wurde auch verletzt. Es wurde übrigens eine Heilige geworfen. Was denn? Ja, da war Julia, ja. Ich war da. Ich war auch nicht mehr will. Hä? Ich hab dich erwischt. Ich hab gesehen, wie du dich warst. Er hat mich heilt. Er hat mich heilt. Early und Anne. Gar nicht. Au. Scheiße! Ey, nicht mehr. Nicht mehr. Der ist totgutgaming. Immer ruhig bleiben, ey. Der sollte auf mich gehen, glaube ich. Geht nicht. Wir haben Lobios leider umgebracht, der Detective. Ne, er hat ja zuerst geschossen. Der andere ist Kapuze übrigens. Warum soll ich sein? Weil der Heilige wirft Julia nicht. Ich hab keine Heilige werfe ich des öfteren. Ich bin eben in der Café. Ja toll, Julia. Jetzt hättest du mitmachen können und dann hätten wir ihn abgeknallt. Ich bin in der Café war die ganze Zeit. Ja, zwei Jahre. Ah, weil er wen mit der Traitorfalle töten will. Nein! Ach komm, als würde ich das schaffen. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Wo bin ich? Ich bin in der Café-Bar. Wollen wir gucken, ob du nicht umkommst. Nein, ich bin in der Café-Bar. Ich beobachte dich, Kapuze. Gay-Bar, Gay-Bar. Kapuze ist in der Gay-Bar. Ich bin in der Café-Bar. Oh, ich versteck mich hier jetzt. So. Warum hast du ein Radar? Weißt du das so lange? Was ist denn mit dir falsch? Ich weiß nicht. Alter. Du hast dich getroffen. Nein, ich bin es nicht. Ich wollte gerade in die Bar rennen, ja. Und dann kommst du mir. Ist das verboten? Kapuze redet auch. Ja, du sagst... Nein, ich bin nicht. Ich rede nicht. Ich rede nicht. Ich rede nicht. Ich dachte, da kann doch noch einer rauskommen. Ich lebe noch. Hier wollte ich lang. Ich habe mich nämlich verlaufen. Gaming? Julia? Ja. Dreck doch. Da kommt der schon wieder ein. Da habe ich schon wieder auf mein Leben gebangt. Ich habe extra noch weggedreht, die Maus. Ich habe auch nur mit einer Kugel getroffen. Halt, warte mal. Ist Nils jetzt tot? Kapuze und Julia sind bei mir, also ein Traitor ist auf jeden Fall klar. Ja, Kapuze und Julia, wieso duelliert ihr euch denn nicht? Ihr könnt euch duellieren. Ja, hier. Wo ist er denn in der Kapuze? Ja, halt mal so fest. Hier ist sie. Wo ist er denn in der Kapuze? Kapuze ist bei mir. Wo ist es sonst? Wo seid ihr denn Nils? Da. Ja, ja, ja. Alles klar, damit wäre es aber klar. Das war jetzt nicht ich. Und Absicht war es auch keine. Also Nils, oder? Das war Julia, ne? Ja. Okay. Also doch, ne komisch, dass Julia hinter euch war, ne? Julia, du spielen sollte auch gar nicht wissen. Scheiße. Muss mehr lügen. Damit man grundlos Leute erscheint. Ich bin doch ein ehrlicher Will. Hinten rennt der Lübbel. Oh, Baby! Oh, nein! Oh, nein! Oh, wenn du da! Oh, wo sieht man? Oh, wo sieht man? Julia Marit. Oh, leider nicht, Julia. Kapuze! Ja. Wo bist du? Treff'n zum Tissou-Shop. Treff'n zum Tissou-Shop. Okay, das gut. Warte, 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 warte. Aber ich bin... Wo, leider, leider. Jo, sauber! Da hat der Juggernaut gar nichts gebracht. Da ballert er mir in den Rücken, ey. Du hast auf einmal so'n Schlenker nach rechts gemacht. Eine ganze Schrotladung, ey. Was war los mit dir? Grenz! Grenz, man! Grenz! 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 Traitor zuwerfen, der gerade mit dem Spartan-Kick trifft. Wie heu, weißt du? Dann kann das auch durch sämtliche Strukturen gehen. Wenn ich sterbe, ist es da. Ist explodiert. Kann das Baby eigentlich durch ein Portal schließen? Nein, dann stürzt es auch. Schnell mal Nils töten, nicht, dass er das versuchen will. Das kann auch nochmal sicher gehen. Lobius, confirm. Auf geht's, ab geht's. Drei Tage knast. Was hat er denn gemacht? Oh, man kann ja von innen aufmachen, was aber beschissen. Ich bin ja auch der Detektiv hier. Schrecktes Gefängnis. Das nur zum Spiel. Lobius. Das ist gerade der Taube. Oh, da ist ja die Detektiv. Goro, wie oft bist du eigentlich bei Detektiv? Ne Sordov! Nein! Da war doch einer den Dingens benutzt, den Ghost, wie heißt er denn nochmal? Aber ich war bei Goro. Aber ich war bei Goro. Den Cat. Nein, 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 das ist das Alte, was Objekte wegschießt. Den Cat, den Poltergeist. Poltergeist. Wer hat denn den Poltergeist? Eigentlich schon, aber ich war bei Goro. Und dann ist es Early. Early frei zum Abschluss. Early, Early. Ja, klar, ich bin es. Early ist frei zum Abschluss. Kann ich deine DNA? Ich bin dafür. Mehr als Abschluss. Ich bin für den Detective. Fünf Leute rein. Hinterriff ist ja auch ein Kutze. Early ist ja auch ein Abschluss. Ja, los. Mach ein Abschluss. Oh, da sind fünf Early. Kapuze, lass das. Wir haben nur mehrheit auf dem Schiff. Early, Early. 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 Oh, Lobios hat geschossen. Early. Lobios. Oh, sorry, ich konnte mich nicht beherrschen. Ich seh dich, Early. Kapuze. Hey, DALU, 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 DALU! Du wolltest mich mördern. Kapuze, das war Kapuze. Draußen wurde gemördert, oder ne? Sei froh, dass du noch 44er fährst. Oh, jetzt krieg ich dich mit ner Brand, ey. Hier, Vendetta. Hier, Early, wir platzen beide. Nein, du hast... Du hast... Achtung, es brennt. DALU, 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 DALU. Er war 1 HP. Early, das heißt doch... Oh, ja. 1 HP. 1 HP. 1 HP, der tut mich weh. Oh, ja, du genauer. Oh, der Lobios ist auch noch hier. Der Lobios, der Jugger. Oh, da sind mir zu viele Leute weg hier jetzt. Oh, Helmholtz. Da kommt noch jemand. Der packt er aus. Ich komm noch hin. Was ist denn jetzt mit dem DNA-Scanal? DNA-Scanal? Oh, Nils hat ne Granade. Ja, ich bin schon. Grants, wo bist du denn? Oh, das war ne Smoke. Wer ist es? Rettel die Krone. Was war mit, was war mit... RISCO? Guru, heil mich. DALU, hab ich aber 1 HP runtergehauen. Early. Early. Ja, Early. Early, ich hab grad nicht die Möglichkeit dafür. Warte, ich töte für dich DALU grad. Dann kommt die Brand. Okay. Da kommt wirklich ne Brand. Das ist ne Smoke. Also, wenn ich noch nen Punkt hab, dann heil ich dich, Early. Ja, warte, ich such DALU. Wenn du versuchst, auf mich zu schießen, töte ich ihn. Das weißt du, ne? Oh, ich kann nicht wieder heilen, ich will ihn hauen. Early, ist das von dir ne Drohung, dass du auf mich schießen wirst, sobald du mich siehst? Komm her, komm her. Sag mal ja oder nein, Early. Ja, ich wollte gucken, ob der Early killst. Aha, dafür steckt er sich auf dem Darm. Was willst du hier? Sorry, ich wollte dich nicht kicken. Ich wollte nicht kicken. Ich wollte nicht kicken. Wenn er hier rauskommt, schlage ich ihn. Die Aula hat ich nicht. Die Aula hat ich nicht. Die Aula hat mir gefallen. Das war Sinn. Das war Sinn des. Ich hab so Angst. Das Club hat mir gefallen. Early ist tot. Early ist tot. Er steht hier hinten. Der Handel. Hat der Early jetzt kaputt gehauen oder was? Das kommt schon von, wenn man aufs Stammklo geht. Ich hab dich verschaut. Bringst du Early gerade zu mir? Ja. Lalu! Lalu! Jetzt geh aufs Herren! Early ist tot. Is er tot? Early ist tot anscheinend. Lalu hat ihn getötet, Lalu! Hey, good gaming! Nein, Good Gaming ist es! Warum? Ja, das ist doch bei mir, ich hab nur Angst, weil Anne... Ah, knall auf, knall auf, Arli! Er ist hier, er ist hier! Er ist hier, er ist hier! Er liebt die Arli! Er behindert meine Ermittlung, hier ist Arli, ist Arli! Was hat Arli denn gemacht? Oh, oh! Good Gaming hat auf mich geschossen! Good Gaming hat ja auch eben auf Goro geschossen! Der hat auf... Alles klar, jetzt ist Arli auch noch tot! Ja, ich hab ihn gekillt, weil er hat einfach Nils gekillt! Was? Also das ist Arli! Arli ist da! Arli ist da! Arli ist da! Soll ich auf sie schießen? Ja, ja! Nein! Du hast doch gesehen, wie es war! Ich hab's gesehen, aber du machst das... Grants? Wo ist Grants gerade schon? Du bist mein einziger Folge kaputt zu machen! Ihr solltet nicht zusammenarbeiten, weil einer von euch beiden Traitor ist! Warum ist es nicht Julia oder Lobius? Julia ist tot! Und Lobius ist auch Traitor! Ja genau, da du Lobius Traitor! Lobius, ich weiß, dass du's bist! Ja, 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 ja! Also Lobius auf jeden Fall! Das bezweifelt! Hey! Anish! Du willst es doch nicht! Anish ist auf mich! Sie ist unsichtbar! Anne ist es, Leute! Anne ist es! Sagen wir, wer deine Kollegen sind! Sie ist vor mir! Ach Gott, setzen wir erst mal richtig hin! Anne! Anne, wir hatten unsichtbar cats! Okay, so! Evigatum Leviosa! Alles klar, Grants! Mit wem haben sie heute dieses Schiff besucht? Da! Da ist der! Anne! Anne! Das war Dalu? Nie jetzt warum! Nein, Grants! Ich hab ja nicht aufgeben! Wir wissen nur gestorben, Grants! Ja, Goro-Fade! Bis zum nächsten Mal! Tschau! 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 Vielen Dank.